Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 3. Oktober. Heute dabei Surface-Neuheiten. Windows 10, Uber in Düsseldorf und Foursquare. Tja, beginnen tun wir mit der großen Nachricht oder dem großen Event von Microsoft in New York. Dort wurde nämlich die neue Surface-Produktpalette vorgestellt. Relativ simpel, es wurden X-Geräte geupdatet, sprich neuer, schneller, schöner, weiter, wie man so sagt. Und zwar das Surface Pro 6, das Surface Studio 2 und das Surface Laptop 2. Wenn ihr jetzt wirklich Daten wollt, inwiefern die Geräte aufgebaut worden sind, dann haben wir natürlich einen Link in den Shownotes für euch. Da könnt ihr euch angucken, was die Tablets, die, ja, Desktop sind sie eigentlich nicht, oder Laptops und, ähm, ja, ähm, Geräte von Microsoft da bieten. Aber ganz interessant, am Ende gab es auch die Surface Headphones, also Kopfhörer. Ja, und die sind leider nicht für den deutschen Markt bestimmt. Eventuell ändert sich das ja in der Zukunft, aber derzeit eben nicht. Ansonsten ein interessantes Gerät, besitzt eine 13 Stufen anfassbare Geräuschunterdrückung und 8 Mikrofone mit je 2 Mikros pro Ohrmuschel. Das Ganze, wenn man es halt abnimmt, pausiert es automatisch, wenn man es da aufsetzt, geht es weiter. Und natürlich ist der Sprachassistent Cortana mit an Bord. Ja, auf jeden Fall ganz spannend, kann man sich mal angucken. Aber danach gab es am Ende auch nochmal was Besonderes, denn da wird über Windows 10 geredet. Und es gibt jetzt demnächst eine Funktion, wo man ein Android-Smartphone auf Windows 10 spiegeln kann. Sprich, die sind gekoppelt und dann sieht man den, in Anführungsstrichen, Desktop des Smartphones auf seinem Windows 10 Desktop und kann den dort auch wirklich benutzen. Sprich, man kann auf dem Windows 10 Desktop beispielsweise, wie in dem Beispiel da gezeigt, Snapchat verwenden. Also finde ich schon ganz spannend, auch Android-Windows die Kombination und das gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Ganz anderes Thema, Uber, der Dienst, den ja auch der Martin genauso mag wie ich. Die sind ja im Prinzip aufgrund der Taxi-Lobby aus Deutschland verschwunden. Es gab sie noch in Berlin und München mit UberX. Das ist halt praktisch, ja, professionelle Fahrer mit Demosin, die ein Land fahren. Und die kommen jetzt nach Düsseldorf zurück. Oder sind schon. Denn seit 1. Oktober ist Uber wieder in Düsseldorf aktiv und zwar mit drei Produkten. Uber Taxi, was eigentlich nur eine Taxi-Vermittlung ist über Uber. Dann UberX, entsprechend der Dienst mit Limousinen, mit professionellen Fahrern, die einen von A nach B bringen. Und dann gibt es noch Uber Green. Und Uber Green ist, ja, UberX mit Elektrofahrzeugen, vereinfacht gesagt. Sprich, es kommt ein Elektrofahrzeug an und bringt einen entsprechend auch von A nach B. Finde ich ganz interessant, spannend. Und angeblich gab es in Düsseldorf große Nachfragen. Und deswegen sind sie da jetzt wieder gestartet. Und die Taxifahrer werden jetzt wohl auch ganz begeistert. Ob es dem wirklich so ist, da müssen wir jetzt mal ein Auge drauf halten. Ja, und die letzte Nachricht für heute ist Foursquare. Von mir persönlich ja ein sehr geschätzter Dienst. Die haben jetzt ihre Finanzierungsrunde F eingeleitet und bekommen 33 Millionen von ihren Investoren, um die Firma und den Dienst weiter auszubauen. 25 Millionen sind schon direkt da und 8 Millionen kommen noch rein. Und Foursquare hat sich ja wirklich von dem Check-in-Dienst, wie ihn die meisten von euch noch kennen werden, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren besser gesagt, zu einem B2B-Business entwickelt, wo sie halt ihre Location-Datenbank anderen Firmen zur Verfügung stellen, wie Twitter, Microsoft, aber auch wirklich eine Handvoll Firmen, wo man es gar nicht weiß. Zum Beispiel Uber, Apple, Samsung und Tinder, Equiweather, Spotify, Hilton. Die benutzen alle die Datenbank von Uber, um entsprechend diese zu integrieren in ihren Dienstleistungen. Und anscheinend verdient sich damit wirklich gut Geld. Und die Investoren sind positiv. Und ja, es geht auf jeden Fall weiter mit Foursquare. Und das freut mich persönlich sehr. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Also wenn ihr in der Schweiz und Österreich zuhört, wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag. In Deutschland ist heute Feiertag. Also genießt den freien Tag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geektop.